Heute habe ich ziemlich interessante Neuigkeiten für euch. Wie ihr hier auf dieser Homepage sehen könnt, gibt es jetzt die Unreal Engine 4 für alle. Dazu müsst ihr einfach auf Unreal Engine.com gehen, hier auf Get Unreal klicken, danach natürlich das hier alles durchlesen. Wie ihr sehen könnt, zahlt man jetzt 19 Dollar pro Monat, was meiner Meinung nach nicht gerade so gut ist. Aber natürlich, die Unreal Engine 4 ist eine ziemlich gute Engine und sie bietet ziemlich viel, also ja, es ist gerechtfertigt, dieser Preis. Dann natürlich hier die Daten eingeben und danach abschicken. Danach solltet ihr eigentlich einen Link bekommen und dann könnt ihr gleich mal losstarten mit dem Entwickeln. Also wie schon gesagt, ich werde wahrscheinlich in den nächsten Tagen ein paar Tutorials posten, die so die Basis erklären, weil vielleicht wisst ihr, dass ich ein Beta-Tester war und somit schon ziemlich viel Erfahrung darin habe. Und ja, ich hoffe, die Videos werden euch gefallen und bis zum nächsten Mal.